Die Sendung wurde live untertitelt. Sie können auch weiter hier draußen warten. Vielleicht kommt ja noch ein anderer Sheriff vorbei. Dieser Mann, dieser Blackway, er verfolgt mich. Er beobachtet mich. Er ist überall, wo ich hingehe. In jedem Laden, an der Tankstelle. Er hat mich angegriffen. Es muss etwas getan werden, und zwar jetzt. Du weißt schon, wer Blackway ist, oder? Ein korrupter Ex-Bulle mit miesem Charakter. Wer hat das Sagen in der Stadt? Meth, Heroin, allen möglichen Kram. Möchte einer von euch nach ihm suchen? Ich zahle den Wochenlern und übernehme die Beerdigungskosten. Keiner verübelt seinem Vater, wenn er was trinkt nach der Beerdigung seiner Tochter. Sicher waren Sie nur ein schlechter Vater. Ich werde es tun. Ich komme mit. Alles, was da oben passiert, liegt außerhalb meiner Zuständigkeit. Das ist mein Kampf. Mir scheint, jetzt ist es auch unser, oder? Sie müssen nicht mitkommen. Wenn Sie es tun, gibt es kein Zurück. Was ist das? Gardinenstamm. Das sind keine Gardinenstamm. Ja, aber können Sie nichts wissen, oder? Umpassen Sie Ihr Gewehr zu Hause. Sie diskutiert vermutlich lieber. Wollen Sie mit ihm reden? Denken Sie, er ist ein vernünftiger Mann? Knallen Sie sich bitte an. Es geht los. Wo ist Black Raid? Wo ist er? Wo sind die Schlüsse? Ich mache euch kalt, Mann! Ich habe hier auf euch gewartet! Black Raid hat die Grenze überschritten. Er wurde gewarnt. Sie wollen ihn umbringen? Ja, denke schon. Gut, ziehen wir es durch. Okay. Ich habe hier auf euch gewartet.